Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video und heute fahren wir Einrad. Und zwar spielen wir die Einrad-Challenge und wir fangen einfach mal an. Und wir sind... Hallo und... Zwei Sekunden, neun. Ja, den tragen wir direkt mal ein in den Highscore. Okay, scheinbar geht es nicht. Dann fahren wir einfach nochmal weiter. Also wir können, mit Hilfe der Maus, müssen wir unser Einrad... Tschüss. Müssen wir unser Einrad balancieren. Und wir sind der Typ mit den sechs Haaren da. Tschüss. Also das kann doch nicht so schwer sein. Also im echten Leben kann ich kein Einrad fahren, aber im Spiel... Im Spiel muss das doch gehen. Also... Nein. Das geht ja schon super wieder los. Wir können... Oh, oh, oh. Chill, Bruder. Es muss doch irgendwie... Warum kippt der denn einfach um? Es kann doch nicht sein. Wir müssen irgendwie... Oh, die Wolken bewegen sich. Können wir eigentlich auch vorwärts? Kommen wir vorwärts? Wir können... Ah! Wir können auch springen! Hui. Hui. Und was bringt uns... Nein! Oh! Fast gesaved. Okay, wenn er nach vorne kippt, müssen wir nach vorne gehen, damit er... Genau. Okay. Können wir nicht einfach so die ganze Zeit so... Okay, das funktioniert nicht. Aber wir haben... Wir haben unseren Highscore gerade gebrochen. Also irgendwie muss es doch klappen. So. Ich dachte eigentlich, es kommen noch Hindernisse, aber ich glaube, das ist so schon schwer genug. Ich springe einfach mal ein bisschen. Hup. Hup. Ich glaube, das... Nein! Was machst du denn? Das hilft aber, glaube ich, um nicht so viel Bodenkontakt zu haben. Also, wenn wir so machen, dann fahren wir nach vorne. Äh. Okay. Warum? Ah, dieser Typ ist doch echt scheiße im Einradfahren, ne? Vor allem das Einrad. Das Einrad ist einfach doppelt so groß wie sein Kopf. Er ist echt winzig, der Typ. Wir können... Oh! Oder so? Hm, 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 hm. Nein, okay. Sechs Sekunden, fuck. Also, wir müssen doch irgendwie... Ach. Wir springen einfach. Guck mal. Jump. Jump. Wir können auch kleine... Wir machen einfach kleine Sprünge. Bringt das was? Oh. Oh, ja. Ha, 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 ha. Acht Sekunden. Acht Sekunden klingt so mega wenig, ne? Aber wenn man auch so auf dem Einrad sitzt, ne, dann ist das echt... Hallo? Hallo? Das Spiel reagiert nicht mehr. Hallo? Tschüss? Hey, hi. Ja, ich hab's mal noch im A gestartet, aber ich glaub, unser Highscore ist jetzt weg. Ah, schade. Aber wir wissen ja, 8,9 war unser Highscore. Daran orientieren wir uns jetzt. Aber den... Hm, okay, wir brechen ihn nicht. Aber fast. Aber... Nein. Hey? Oh, es reagiert schon wieder nicht. Ziemlich gutes Spiel, hab ich mir da eigentlich heute überlegt. Aber... Jetzt. Ah. Ah. Tschüss. Ah. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber so... Oh. Nein. Hat er keine Pedale? Man kann das doch... Wer fährt so ein Rad? Niemand fährt so ein Rad. Normalerweise hat man Pedale. Können wir nicht... Ach, nee. Was, wenn ich so mach? Ah, nein. Ach, nee. Aber wenn ich stehen bleibe einfach, dann am Anfang klappt's schon mal. Ach. Tschüss. Ich bleib am Anfang einfach stehen. Und dann gibt er nach hinten, weil er so schwer ist, weil sein Kopf so groß ist. Ah, der hat auch nicht viel Bizeps trainiert, ne? Wir sind, glaub ich, zu hektisch. Wir müssen uns ein bisschen ausgleichen. Nein. Jump, 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 jump. Nein, komm wieder zurück. Ich jump jetzt einfach nur noch. Ich hab echt das Gefühl, das bringt was. Warte mal, wenn wir doch so... Okay, so nicht. Aber wenn wir einfach gerade stehen und dann nur springen, bringt das nicht was? So, dann kann er doch nie nach hinten kippen. Und in der Zeit springt er halt immer. Ah. 7,9. Okay, das kommt nicht komplett an unseren Highscore-Rand von 8,9. Aber das war schon mal gar nicht so scheiße. Wir verbessern uns. Und jetzt reagiert er wieder nicht. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was soll das denn? Wir laden das Ganze nochmal. Okay, jump, play. Jetzt müssen wir weggewinnen. Okay, wir machen weggewinnen einfach. Nein. Ich war mir so sicher. Aber ich bin ein Zirkus-Artist. Oh, oh, nein. Scheiße. Jump, jump, jump. Oh, da haben wir uns... Oha, wie gut wir uns gefangen haben. Hä? Hä? Ach, du Scheiße. Was ist das? Was war das? War das gut? War das schlecht? Hätte ich es einsammeln müssen? Wäre ich drüber gefallen? Aber 11,9 Sekunden, das ist krass. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns wirklich mit dem Ding. Also in der Landschaft. Ich glaube, das kam bei 10 Sekunden, oder? Hä? Das müssen wir... Ah, ich will das einsammeln. Ich muss da hin. Oh, nee. So geht's. Einfach so richtig hochspringen. Ah, nein. Wenn ich mal das Gleichgewicht halten kann, der... Dieser Hurensohn. Leck mich doch am Arsch mit... Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Ich komme mir vor wie ein Gaukler. Ich will dieses Ding nochmal sehen. Es kann doch nicht sein, dass man... Scheiße. Was war das? Es war irgendwie so eine Kugel. So eine Regenwurmkugel. Das ist locker was Gutes. Vielleicht, wenn wir das einsammeln, sind wir doppelt so krass. Oder überhaupt mal krass. Das Doppelte von Null ist halt Null. Ah, scheiße. Oh, oh, das ist... Ah. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen drüber. Weil wir waren nicht auf dem Boden. Ich glaube, jetzt... Nein. Okay, ich habe es noch nicht raus. Okay, wir müssen drüber springen. Das packen wir locker. Oh, nein, 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 nein. Aber wenn ihr mich buchen wollt für euren Kindergeburtstag, ich kann Einrad fahren, ich kann jonglieren. Ich kann echt jonglieren. Also, wie gesagt, ihr könnt mich buchen. Erster Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann so ein Formular ausfüllen und dann komme ich zu euch nach Hause. Oh, oh, oh. Wie kann das denn eigentlich... Oh, was war... Warum kam das direkt? Wir haben doch gerade angefangen. Hä? Hä? Es kommt jetzt, glaube ich, eher. Oder ist das willkürlich? Kann auch sein, dass das willkürlich ist. Oh mein Gott, wir haben das Spiel gehackt. Da, 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 da. Oh, wir haben uns gefangen. Nein, nein! Wir kommen nicht darüber hinaus. Wir müssen es schaffen. Okay, so tun wir es nicht. Fuck, ey, wir sind doch... Wir waren doch so nah dran. Ah, 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 nein, nein. Oh, what to say? Ich sollte mal lieber in echt Einrad fahren lernen, anstatt hier so eine Scheiße zu machen. Dann klappt es nicht mal. Es ist in echt wohl wirklich einfacher als hier. Könnt ihr Einrad fahren? Ich kann es nicht. Ich kann nur Zweirad fahren. Ja, das ist immer noch Fahrrad. Ich bin... Oh, nein, nein, nein! Hm. Ich will über dieses Ding kommen. Das wird gar nicht so einfach. Oh, wir leben noch. Vielleicht mal ein bisschen jumpen? Nein, nein. Hä? Wie... Ah, es... Oh! Ernsthaft? Was soll das denn? Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also, so geht's auch nicht. Nein, so geht's nicht. Nein, wir müssen standhaft bleiben. Aber wir müssen nicht da... So, okay, okay. 11,9 immer noch. Okay. Das wird schwer zu knacken. Ich will zumindest über diesen Ball da sprechen. Was? Mare, du musst da hin. Nein. Oh, man denkt immer, man ist so gut und dann ist man so scheiße. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder welche. Ich habe viel mehr geschafft. Und das sage ich auch jedes Mal. Ach. Äh. Tschüss. Ich mache jetzt einfach ein Salto. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Nochmal. Diese Grafik ist doch echt krass. Ich glaube, das ist die Crytek Engine, wenn ich mich nicht täusche. Vor allen Dingen, wie man mit so einem simplen Spielprinzip einfach sich so lange beschäftigen kann. Ach, der wird jetzt aber... Wir müssen jetzt gleich... Oh nein, nein. Genau drauf gesprungen. Was tun wir? Was haben wir getan? Aber 12,9 Sekunden. Das ist besser als gerade. Oh, jetzt. Ja, wir sind... Alles klar. Genau das wollte ich erreichen. Mehr brauche ich nicht. 12,9 Sekunden. Also mehr kommen wir eh nicht. Also weiter kommen wir eh nicht. Ich bin über diesen Scheißball gesprungen. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.